Als ich nach Rom kam, mit 26 Jahren, stürzte ich mich ziemlich schnell, fast ohne es zu merken, in das, was man den Sog der mondänen Welt nennen könnte. Ich wollte jedoch nicht einfach nur mondän sein. Ein stellvertretender Direktor, nimm Sarkoni. Antonini geht mir nämlich echt auf den Sack. Ich wollte der König der mondänen Welt sein. Und es ist mir auch gelungen. Ich wollte nicht nur auf die Partys eingeladen werden. Ich wollte die Macht haben, jede Party zu sprengen. Ich wollte nicht nur auf die Partys eingeladen werden. Und es ist mir auch gelungen.